ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Ahem, ahem, ahem. Nee, normal. Ja, herzlich willkommen zu Supergames TV. Mein Name ist Lennart. Herzlich willkommen. Heute mit einer kleinen... Ich fang nochmal an. Ja, herzlich willkommen zu Supergames TV. Leider mit einer kleinen schlechten Nachricht. Es wird heute kein Kellertagebuch von mir geben. Wir haben einfach viel zu viel zu tun. Jochen ist gerade noch beim Friseur. Und der Thomas ist heute nicht da. Ja, und wir haben halt noch ziemlich viel anderes Zeug hier in der Kellerredaktion zu tun. Kleinen Ausblick gefällig. Hier, Jan Theissen von King Art Games. Ähm, ja. Und außerdem, ähm, haben wir jetzt auch schon nach 18 Uhr, lange nach 18 Uhr. Das heißt, ich gönne mir jetzt erstmal einen Schluck Supergames TV-Saft. Prost! 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 Untertitelung des ZDF, 2020